Haben sie es nicht geschafft, sie hierher zu holen. Oh nein. Bis später, ihr Vong. Ihr seht da auch keinen Führerschein, oder? Ja, aber er hat ja keinen Führerschein anscheinend. Ah ja, der Führerschein schon gleich hat wie der Personal-Ausweis. Oh nein. Aber Freddy, ich wäre jetzt da, aber wo bist du? Ich werde an dir vorbei geraten. Oh mein Gott. Da bist du. Hallo. Was ist mit meiner Karre passiert? Der Vong ist abgemeldet, nicht versichert. Darum wird er jetzt erstmal aufstecken. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Der Vong war angemeldet und der ist auch versichert. Oh nee. Auf einen Herrn Ronny Dinkelberg, äh, abgemeldet und versichert. Das Auto? Ja. Das habe ich eben ausgepackt. Ja, das ist ja das Komische. Oh. Äh, ja. Sie wissen, aber sie haben schon eins, oh, sieben probiert, ne? Also ich frag nur. Oh, ne, na. Servus. Oh. Alter Freddy. Also ein Bankraub, der aber hundertprozentig in einer Schießerei enden wird. Als kleine Aktion wegen Kate. Ah, perfekt. Ja, der Bescheid. Besprechungsraum. Was ist denn los bei dir, Samba? Nicht verführt, sondern entführt. Ich wurde verführt. Ah, Marc hat mich entführt. Freddy hat mich verführt. Was? Guten Tag. Willkommen bei den anonymen Alkoholiker. Ich bin seit glatt zehn Minuten trockener Alkoholiker. Sieht man nicht. Check Jungs. Wir wollen heute nicht rauf gehen. Wir wollen heute was reißen. Oh, perfekt. Der hat ja mal seinen Fahrradhelm mitgenommen. Dann darf er neue Bilder machen. Dann nehmen wir mal ein anderes Model, was nicht so hässlich ist. Ich rufe eigentlich, wenn ich sowas noch mit Shotgun in die Bank stelle. Freddy hat ja gesagt, wenn wir das Outfit wechseln, dann musst du ja die ganze Bilder neu machen. Oh nein, meine Route. Oh nein, ich habe gerade Karma kassiert. Ich habe mich gerade über Freddy lustig gemacht. Ich habe mich gerade zu sehr über dich lustig gemacht. Marc? Ja? Und jetzt kann ich dich gleich wieder kontern. Ja? Ich muss nicht die ganzen Bilder erinnern, weil das ist das Firm-Outfit. Und im Firm-Outfit haben wir die Anzugshose an. Ach scheiße, stimmt. Das ist das Sturmgewehr. Ryan steht angeblich auf der Verhandlung. Schreibt mir gerade einer. Hört dich jetzt. Ja, aber wir brauchen nicht beim zwölf Kopffahrzeuge angreifen. Alles klar. Vorhin wird irgendwie vorgeworfen, dass er ansteht. Ey, da fahrt ein Auto rauf. Da fahrt ein Auto rauf, ne? Guten Tag. Was machen Sie da oben? Ich? Ich genieße ein bisschen die Aussicht, zwar. Das lassen Sie mir selbst nicht. Sie sind aber arsch der Welt. Ja, wissen Sie, von hier oben hat man einen wunderschönen Blick über die Stadt. Ich kann für mich dazustellen, aber ein bisschen grillen. Ja, gerne. Ich hätte einen Burger nämlich dabei und ein paar Nuggets. Entschuldigen Sie mich kurz, ja? Oh, es kam gerade durch die Nase durch. Ja, ich müsste aber auch jetzt los. Ey, ich muss einem Freund helfen, der ist gerade... Wolltest du dich angehalten? Ah, ich kann ihn auch helfen. Schwierigkeiten. Ja, der hatte noch einen Unfall gebaut und hatte jetzt Stress mit der Versicherung. Die wollen wir nicht zahlen. Ganz, ganz konfuse Sache. Oh, ich bin Mechaniker. Ich könnte mitkommen. Ich kann Ihnen da helfen. Ja? Ja, ja, klar. Ich habe einen Werkzeugkasten und alles dabei. Ja, perfekt. Dann fahren Sie hinterher, ja. Perfekt. Dann machen wir das zusammen. Oh, ich werde jetzt wie aus dem Witz angehalten. Mark, du wirst angehalten? Ja, das ist ein Zivi gewesen. Guck, der hat einen Kollegen geholt, der hat gesagt, der fährt wieder her. Schau dir das an. Wie geil ist das denn? Wie soll das? Überschlagen, wir können nicht fahren. Ja, wir sind hinter euch. Auf euch. Ja, er schießt die. Warte, habt ihr euch gerade mit dem Fluchtfahrzeug überschlagen? Ja, mit der Geisel. Freddy ist mit dem Auto gefahren. Der hat es mit dem... Das gibt es doch nicht. Freddy, was machst du mit deiner Angst? Hä? What? Der hat gehoopt wie ein Spieler. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich hinunterlässt. Alter, Bruder! Äh, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Wir waren fast in der Zapfsäule drin. Ihr, ihr kennt, ihr kennt. Ihr kennt vor der Bank. Nein, die hängt da. Guck mal. Die hängt da. Was ist das denn? Ja, die ist rausgefallen. Die hängt da. Was ist denn da los, ey? Das ist ein Kopter. Passt du? Ne, haben wir jetzt alles für den Bankraum? Ich hoffe es doch. Warte jetzt... Ne, nicht ernsthaft, oder? Ich glaube... Drei, zwei, eins. Okay, Rückzug, Rückzug. Okay, los, 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 los. Geh, los. Hier. Will ich mal aufmachen von hier? Ich mach auf, ja. Ich mach auf, ja. Ich bekomme die auch von der... Achtung, Marke von hinten! Ja, dann kommt raus, ich bin hier in Maibach. Ja, ja, ja. Ey, wir kommen jetzt nicht ernsthaft. Ey, wir kommen weg einfach. Wir kommen weg, gib dir das Schlachtfeld. Okay, wollen wir weiter weg gehen? Mit der Beute. Komm hinten. Bleib hier, bleib hier hinten. Scheiße, ey, komm. Ja, die ist direkt direkt weg. Oh Mann. Wir kommen, kommen. Ey, rein, 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 komm. Das ist ja großartig. Ey, wem gehört ein Applausel, Bourbon? Mir. Perfekt. Das sind alles wir, Bruder. Alter, wir nehmen die ganze Stadt ein. Schon gehandelt. Und das ist hier schon. Ah, scheiße. Nein, ah, ah, ah. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hab nur die Tür abgerissen. Oh nee, das ist wieder so ein typischer Moment, Alter. Let's go. Freddy ist einfach, er fährt einen Meter. Alter, Freddy, ich hab mir gerade mein Schädel an die Armatur gehauen, weil du gegen den Baum gefahren bist. Danke für nichts. Jetzt, jetzt heulst du rum, aber ziehst du, reißt du in die ganze Tür aus der Fahne. Ja, immerhin hab ich mir da nicht so weh getan wie jetzt gerade. Nee, also, also ganz ehrlich, dass du da mal jemanden rausschießt, eigentlich unmöglich, ne? Könnt' man mal von hinten probieren. Oh, von hier, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Hier. Aber danke fürs Austesten. Entschuldigung. Ach, scheiße, tut mir leid. Oho, danke dafür. Ich zitiere grundsätzlich den Sozialminister. Schokozuckerl. 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 Schokoladezuckerl. Schokozuckerl. Und Schokozuckerl. Schokozuckerl. Schokozuckerl.